Manchmal im Leben will die Aussprache einfach nicht mehr so, wie man selber will. Das kann an einer Störung der Sprechmotorik liegen. Ursachen können Schädigungen im Gehirn sein, wie sie zum Beispiel nach Schlaganfällen auftreten. Zur Verbesserung der Mund- und Zungenmotorik können lokopädische Übungen helfen. Der Sprechbegleiter bringt eine Sammlung von kurzen Videos mit, in denen Ihnen eine Lokopädin jeweils eine Übung vorführt. Geübt wird, indem der Sprechbegleiter die zusammengestellten Videos abspielt und Ihnen gleichzeitig über Ihre Frontkamera, sofern vorhanden, zeigt, wie nah Sie an Ihrem Videovorbild dran sind.